So, YouTuber, einen wunderschönen guten Tag, meine liebe YouTube-Gemeinde. Ich bin euer Zocki und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu The Forest. Philipp, hier ist hier. Super. So, ich habe wieder keinen Plan. Ehrlich gesagt bin ich voll demotiviert, das jetzt zu machen. Funktioniert das Feuer? Nein, das Feuer ist im Arsch. Aber ich habe mein kleines Boot wieder. Das ist gut. Aber ich muss das hier machen. Wir müssen das hier heute ein bisschen machen, weißt du? Nicht viel. Heute ganz kurzes Video. Nur ein bisschen versuchen. So. Nur ein bisschen versuchen, da weiter zu kommen. Hätte ich halt einmal gesagt, dass wir das machen. Opsi, Popsi. Ah. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich diese Holzstämme hier rüberkriege. Oh geil, hier sind Schildkröten. Hoppala. Ah. Ich habe schon einen Panzer. Ich habe schon einen Panzer. Als Schild. Was steht da? Komm schon, lass dich töten. Okay, aber ich kann nur... Ah, Moment. Warte, das ist kurz ein Testwert. Ich glaube, man kann da runterspringen von einer gewissen Höhe, ohne dass was passiert, ne? Ist das möglich? Ah, Blödsinn, das ist nicht möglich. Was soll der Scheiß? Oder war das R2? Warte, ich glaube, ich teste es nochmal, bis ich tot bin. Juckt nicht. Ich habe gespeichert. Das war schon, wir können laden. Oh ja, geil. Wow. Hey, das ist cool. Das geht. Mit dem Schild, das finde ich cool. So, wurscht. Ich muss jetzt ein paar Bäume füllen, weil wir brauchen Holzstämme. Ganz wichtig. Heute wird nur ein bisschen gebaut und sonst nix, ne? Also, wer mehr erwartet. Es tut mir leid. Aber ich habe ein bisschen Zeit, Ruck. Und los. Ich habe keine Ausdauer mehr. So, das ist nochmal der Uno. Ich glaube, ich brauche euch auch einen mit. Nein, geht gar nicht mehr. Okay, perfekt. Der ist weg. Oh, nichts auf mich drauf. So, was auch hier ist mein Floß. Ich kriege die aber da nicht drauf. Also, ich klatsche die hier ins... Nein, warte. Ich klatsche die hier ins Wasser. So, das ist Juhocken. Ich muss das irgendwie machen. Ich könnte einfach einen Steg rüber machen. Los. Los. mal pass auf und jetzt kommt dann ein hat er auch noch weiter das geht so nicht ich muss mal was überlegen dass das kann nicht so gehen das ist ein blödsinn so geht das was du so sie sie rüber mit dem dreck und platzieren aber so dauert das auch natürlich eine weile das ist halt nicht so geil wenn das so lange dauert aber ich bin einfach in der hülle man ja 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 Das war's. Ach, Bruder, Bruder. Ich hab keinen Plan. Kann ich pennern gehen? Ich möchte pennern gehen. Die Sonne ist futsch, ich bin müde. Ich hab zu viel gearbeitet heute. Ich hab leider echt keine Ahnung, wie wir das am besten machen. Hast du? Geh weg da. Ups. Da ist kein Wasser mehr drin. Hat schon lange nicht mehr geregnet, ha? Blödsinn. Ah. So, wo sind die restlichen Baumstämme? Ja. Wenn ich diesen Schlitten auf mein Boot krieg, das wär Hammer. Aber das funktioniert ja leider nicht. Das funkt ja leider nicht. Ach, nehmen wir das mit. Das geht gar nicht mehr. Hier müssen noch Baumstämme sein, ne? Nein. Oh, doch. Wo war das? Ah, hier. Super, ich hab gefunden. Ich bin gut. So, ich bin echt am überlegen, ob ich nicht vielleicht was anderes baue momentan jetzt einmal. Vielleicht krieg die ja unmöglich rüber. Ist da noch irgendwo ein Baumstamm gewesen? Ja, hier. Sonst noch einer oder? Ne. Oh, doch, hier kugelt noch einer herum. Super. So, ich denke, jetzt hätte ich sowieso keinen mehr drauf. Oder vielleicht zwei würden noch gehen. Das war's nicht. Frage ist nur, wie mach ich das jetzt? Ich hab echt keine Ahnung. Jetzt stecke ich sowieso fest. Vielleicht kriegt das hier nicht ran. Hier kugelt auch noch ein Baumstamm herum. Und wir haben Besuch. Ah, wartet kurz, wartet kurz. Ja, 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 ja. Äh, beruhig dich, beruhig dich. Ich werd kurz speichern gehen, wenn du hier wirst. Klatsch mal schnell den Besuch rum, hör. Keine Angst. Denn ich speichere. Das ist als eh nur zu zweit, hör. Was, grab? Warte, du riesig. Woah. Woah, die sind aber stark. Die sind aber verdammt stark. Ja, komm doch. Ja, komm doch. Ich hab keine Angst. Schau mal mal, was wir bauen könnten. Wir könnten uns eine eigene Hütte bauen, weißt du? Das brauche ich sowieso. Dann könnten wir einen eigenen Fußboden bauen. Eigenes Fundament. Weißt du, hier so. Über schönes Rahmen waren. Das ist ein bisschen erhöht. Nein. Fuck, warte, ich hör da ein riesen Vieh wieder. Oh, jetzt ist der schon wieder da. Ich hoffe, der kommt nicht darunter zu mir. Und die Lutschmaschine ist auch da. Bruder. Jetzt hab ich aber Angst. Wieso, pass auf. Das eigene Fundament. Ich probier kurz was, okay? Ich muss kurz was probieren. Ne, das wird nix dann, ha? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was ich da mach. Ich hab keine Ahnung. Aber man könnte drauf laufen, ne? Oh fuck, die kommen runter. Cool bleiben, ok? Wo kann ich denn das... Ich würde das gerne hier bauen, weil ich glaube, die Viecher können vielleicht nicht drauf laufen. Ich kann das hier nicht platzieren. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Kann ich das wieder löschen? Man, der Anfang ist doch hier. Warum kann ich das hier nicht löschen? Es ist ja egal, aber ich... Ich weiß nicht, was ich tue. Da haben wir Besuch. Die Viecher nerven richtig. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Eine Felswand. Eine schnelle Falle bauen vielleicht für die. Na komm. Oh, schnell beeiligt mit der Falle, bevor die kommen. Ja, 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 ja. Wir töten sie mit meiner Falle. Wenn ich sie denn platzieren könnte. Ha, gleich eine Falle nebenan hinhauen. So hier irgendwo. Das ist ein Blödsinn. Da muss ich halt immer aufpassen, wenn ich die Hüte betrete oder verlasse. Oh nein, ich habe keine Stickies. Ah, es fehlt zwar. Oh, die haben das jetzt gehört, oder? Ja. Oh, tschüss. Lebt trotzdem noch. Bruder! Nein! Nein! Oh. Was? Ich treff den nicht. Fuck, ich brauche Stickies dafür. Warte kurz, ich hole schnell Stickies. Dieses Vieh kriege ich kaputt mit meiner Falle. Ich sage es da. Einfach in die Fallen locken. Das ist ein Kackvideo. Ich weiß heute. Es tut mir echt leid. Es kommt nichts zustande. Ja, ich habe auch ein bisschen Zeitdruck. Weißt du, hätte ich mehr Zeit, würde ich mir noch was überlegen. Aber ich habe immer gedacht, hey komm, jetzt hast du jeden Tag schon ein Video raus. Jetzt kann es nicht so sein und aufhören damit. Deshalb habe ich dieses Video auch noch was. Mal schauen, ob ich sie mit der Falle töten kann. Oh fuck, da ist dein Kind. Baby. Ich habe es nicht erwischt, okay. Jetzt da, dein Kind ist tot. Wow, wo ist die hin? Das ist ja nur ein Trick von ihr. Die kommt gleich wieder. Okay, wenn der weiter so rennt, kann ich ja was versuchen. Nein, warte. Jetzt finde ich an, den Boy. Brenn, Bruder, brenn. Er ist tot. Easy. Die Fallen sind so gut, oder? Ich brauche mehr. Oh, sie ist auch tot. Boah, ist ja geil. Ich habe die voll gekillt. Die Fallen sind Bombe. Ich brauche noch ein paar Fallen. Weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Bauen wir hier ein paar Fallen. Warum kann ich das nicht drehen? So. Die kommen ja meistens hier runter, ne? Das heißt, hier kommt eine Falle hin. Und dann kommt auch noch... So, drehen wir das anders. So, eventuell. Das ist halt der Eingang, schätze ich, irgendwie so. Keine Ahnung, ob das gut zieht. Aber ich denke, die kommen meistens hier runter, ne? Aber die sind halt hier halt die Fallen platzieren. Warum habe ich eigentlich ein Feuerzeug in der Hand? Oh, das kostet mehrere Stämme. Na ja, dann haben wir doch ein bisschen was zustande bekommen heute. Nicht gerade viel, aber ein paar Fallen. Opa! Sie ist schon weg. Wann verschwindet der Typ eigentlich? Die Fallen müsste ich sowieso neu machen. Gehst du runter, ihr? Ach, Bruder. Na, 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 na. Warum kann ich jetzt wieder nicht schwingen? Was ist los? Der Typ hängt voll fest in der Animation, hm? Los, Bruder! Oh, das hat weh dran, das hat weh dran. Das war eine blöde Idee. Das hätte ich nicht tun sollen. Oh, komm, das mit den... Mach doch! Ja, super, passt schon. Ein paar Fallen haben wir gebaut. Den Riesentypen haben wir killed. Ich hab seine Haare. Ich könnte eigentlich glücklich speichern gehen jetzt da. Der war überhaupt kein Problem mit den Fallen. Aber die stehen halt jetzt sehr ungünstig. Aber die kann die Ballen rennen auch immer irgendwie blöd herum, also... Ja, 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 gut. Hey, Leute, ich sag, das war's. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Haut rein. Und lieber brav sein. Was soll? Nicht das Spiel. Was war das? Ach so, das war... Okay, gut. Passt, passt, passt. Macht's das gut. Haut rein. Lieber brav sein. Tschüssi. Ja,üssi. Schreib. Sag, deine Mah permits.